Da wurde gelost für den ersten Ball in diesem Profi Halbfinale. Schleswig-Holstein steht hier am Tisch. Auf der linken Seite Nico Wohlgemuth und jetzt Wohlgemuth aus Bad Bramstedt und auf der rechten Seite Christian, Aker, Laschek, Karwin und Stefan Herzig. Zwei super erfahrene Spieler, die hier sich immer wieder bei diesen Challenger bis ins Halbfinale kämpfen. Und so auch hier. Bin gespannt, wie das hier ausgeht, denn beide Teams heute sehr gut aufgelegt, haben guten Eindruck gemacht. Nico, der erste Schuss hier wird gehalten von Stefan Herzig. Das ist auch ein interessantes Duell. Jetzt schießt er rein. Interessantes Duell. Nico Wohlgemuth gerade mal 14. Junior-Nationalspieler. Technisch unglaublich begabt. Und Stefan Herzig auch nicht von schlechten Eltern. Unglaublich viel Ballgefühl und Spielerfahrung. 1 zu 0 Führung hier für Wohlgemuth. Und Wohlgemuth. Jens nimmt hier das Tempo raus. Legt ihn hier in die Mitte. Zweiter Versuch beim Rausspielen. Dann kommt der Kurble aufs Tor. Beziehungsweise an den Pfosten. Jetzt Stefan Herzig. Also ihr könnt euch da draußen auf eine kämpferische, interessante Partie. Und da fällt das schnelle Mittelfeldtor. Ihr könnt euch auf eine spannende Partie freuen. Und die beiden wechseln sofort. Stefan geht nach vorne und versucht jetzt Nico zu blocken. Denn die beiden haben gleich gemerkt, dass Nico da schwierig zu blocken ist. So ein wunderschöner Stupse hier von Nico. Wandert hier nach rechts und stupst ihn dann rein. Unglaubliche Geschwindigkeit auch aus dieser Abrollerbewegung. 2 zu 1 Führung. Und dann sehen wir das Spiel von Laschek. Lässt sich da die Zeit beim Passen. Und dann kommt irgendwann mal der clevere Schuss. Hat unglaublich gutes Timing. Und kommt da drei Viertel durch. 2 zu 2. Und die beiden tauschen sofort wieder. Haben sich wohl so wohler gefühlt. Und Stefan weiß natürlich auch, wie man blockt als Torwart. Und das war jetzt erfolgreich. 2 zu 2 und Ballbesitz. Stefan setzt zum Schuss an. Nimmt dann aber das Timeout. Also gleich schon. Gute Anspannung hier in diesem ersten Halbfinale im Profifeld. Das zweite Halbfinale könnt ihr dann da draußen. Gleich auch hier an Tisch 1 und mit uns genießen. Da spielt dann die andere Fraktion. Minjung bei und Björn Kruzki gegen Semel Menzer und Wieland Aalt. Laschek verschießt hier immer noch 2 zu 2. Jetzt wieder Jens Wohlgemuth. Glücklich auf das Mittelfeld von Nico. Starke Performance hier auf der 5. Bisher jeden Ball durchgepasst. Nee, eben wurde eine geblockt von Stefan. Und dann dieser Explosive für Schuss nach rechts. Also er schießt da aus dem laufenden Ball, aus der Bewegung. Und das sieht echt sehr gut aus. Bisher auch verschiedene Optionen gezeigt. Stefan kommt hier raus, aber Jens kann ihn fangen. Wieder Ballbesitz bei Jens und Nico. Und die 3 zu 2 Führung hier im ersten Satz. Jetzt wieder Nico und wunderschöner kurzer Wechsel nach links. Also der ist heute hier richtig gut aufgelegt. Und Stefan hat hier gegen diese Schüsse noch kein Mittel gefunden. Bleibt hinten Nico mit der nächsten Chance da vorne. Und dann geht er nach links lang. Also alles gezeigt in diesem ersten Satz. Alles 100% ausgeführt. Unglaubliche Performance hier auf Tisch 1. Und Stefan Herzig, wie schon angesprochen, der ist hier kein unbeschriebenes Platz. Schon lange dabei. Früher viele Turniere gespielt. Immer noch in der Hamburger Liga aktiv. Und mit Laschek bei den letzten Hamburger Challenger auch sehr erfolgreich. Spiel geht gerade mal. 4 Minuten 5 zu 2. Haben sie den ersten Satz gewonnen. Jetzt greift Jens hier noch ins Spielgeschehen ein. 1 zu 0 Führung im zweiten. Und wieder fast Ballverlust. Aber doch, Laschek kann ihn greifen. Jetzt muss er hier effektiv bleiben da vorne. Interessante Deckung. Aber er geht dann doch irgendwie schräg rein. Stefan und Laschek wechseln wieder sofort. So wie sie den ersten Satz angefangen haben. Defensiv. Jetzt bin ich mal gespannt, was Laschek macht. Der macht eine Shake-Deckung gegen Niko. Und da stand er dann. Also das war so ein bisschen 50-50 Chance. Fast wieder Ballbesitz für Niko. Mal gucken, wie Christian Lavek jetzt hier rauskommt. Stefan kann ihn fangen. Schneller Schussversuch. Jens ist da. Zweite Chance. Also jetzt nimmt das Spiel wieder eine ganz andere Fahrt auf. Stefan Herzig bleibt jetzt da vorne. Oder nimmt er doch das Timeout? Nochmal neue Ballauflage. Dann das Timeout. 1 zu 1 hier im zweiten Satz. Aber wir haben gesehen, dass Stefan da ganz schnell abreißt da vorne. Um die anderen beiden zu überrennen. Und Laschek geht wieder nach vorne. Rechts Langauflage. Und dann kommt die Explosion. 2 zu 1 Führung. Und wieder die Defensivaufstellung. Stefan nach vorne. Laschek nach hinten. Schöner kann. Pass von Niko. Jetzt bin ich gespannt. Findet er diesmal ein Mittel hier? gegen Laschek gegen diese schnelle Deckung. Und dann kommt dieser krasse Rechts-Langschuss. Alder. 2 zu 2. Und selbst das Publikum ruft jetzt hier motivierende Worte in Richtung von Niko. Stefan glücklich. Im Sturm den Ball. Wirdet jetzt den Abschluss suchen. Ja, kurze Variante hier. Aber das hat Jens geahnt. Schneller Passversuch. Ballbesitz aber bei Laschek hinten. Kommt da auch schön raus aufs Tor. Aber Jens ist da. Also unglaublich intensive Partie. Und jetzt der Block. Wie gesagt, defensiv ist Stefan natürlich ein ausgebuffter Fuchs. Das ist jetzt fast wieder der Stil da. 3 zu 2 Führung jetzt. Und diese Taktik von Stefan und Laschek ist erfolgreicher bisher. Niko hat den Ball jetzt auf der 3. 1 zu 1 steht es im Modell. 2 zu 1 steht es im Duell. Niko gegen Laschek im Tor. Wunderschöner Stupse hier wieder von Niko Wohlgemuth. 3 zu 3. Wichtiger Schuss jetzt für Stefan. Wandert jetzt auch auf rechts lang gerne die Kurbel. Aber das ist zu einfach. Und Jens Wohlgemuth und Stefan Herzig. Die kennen sich natürlich auch. Fast jetzt ein Block hier von Niko. Also Laschek kommt jetzt hier nicht raus. Bandenversuch. Dann die kurze Bande. Aber Jens hat den Ball. Ganz heikle Phase jetzt hier an Tisch 1. 3 zu 3 im zweiten Satz. Und wunderschöne Bande von Jens Wohlgemuth. Die kommt da ganz steil wieder raus. Von der Bande der Ball. 4 zu 3 Führung. Jetzt Laschek vorne. Wieder der abgestoppte Pass ins Feld. Dann rechts lang und schnell abgerissen. Abgerissen. 4 zu 4. Jetzt bin ich gespannt. Ausgleich oder 2 zu 0 Führung. Jens, Niko Wohlgemuth hat den Ball auf der 5. Wird geblockt. Zweite Chance. Stefan hatte ihn da zweimal. Jetzt auch wieder. Und hat den Ball. Also das ist defensiv das Mittel gegen Niko Wohlgemuth und Jens Wohlgemuth. Stefan ist da erfolgreicher auf der 5. Nimmt direkt das Timeout. Geht vom Tisch. Christian geht nach vorne. Also die beiden sind hochkonzentriert. Aber Niko und Jens machen auch noch einen sehr entspannten, ruhigen Eindruck. Niko jetzt. Schnelle Bewegung da auf der 5. Und Laschek kommt dann doch irgendwie durch. Und dann findet er wieder den langen. Also ich habe es angesprochen. Er hat ein unglaublich gutes Gefühl. Timing für die Situation und die Entscheidung. 1 zu 1 jetzt in Sätzen. Alles wieder offen. Und Niko wird wieder geblockt da im Mittelfeld gegen Stefan. Stefan ahnt jetzt, wo Niko da durchspielen will. Aber Niko wird da viele Mittel haben, das nochmal umzustellen. Aber das könnte natürlich so ein bisschen der Schlüssel jetzt sein in diesem Spiel. Und Stefan blockt jetzt. Setzt zum Chat an und wird wohl auch schießen. Und wenn er den trifft und den trifft er rechts, dann können die beiden so stehen bleiben. 1 zu 0 Führung. Also ganz interessante Strategie und Taktik hier von Stefan Herzig und Christian Karven. Jetzt Niko gegen Christian. Verschießt. Und Niko hat es jetzt doppelschwer hier. Und 2 zu 0. Schnelles Tor von hinten. Und das wirkt auch ein bisschen zermürbend. Bin ich gespannt, ob jetzt Niko und Jens da zurückkommen. Und als ob wir es geahnt hätten, verliert Niko den Ball. Stefan hat den Ball vorne, nimmt das Timeout. Also Spieß umgedreht. Unglaublicher erster Satz von Niko und Jens Wohlgemuth. 5 zu 2 gewonnen. Und dann kommt diese Strategie von Stefan Herzig und Christian Laschek. Mit dem vielen Wechseln, dem Ausprobieren, wie die Position am besten ist in der Defensive. Und das probieren jetzt Niko und Jens auch. Niko geht nach hinten. Und gehalten. Stefan jetzt wieder hinten. Aufschieberposition lässt den Ball in die Mitte rollen. Und dann geht der Ball dann doch irgendwie wieder rein. Wird da geblockt. Und das ist die schnelle 3 zu 0 Führung in diesem dritten Satz. Jetzt starke Performance von Niko hier. Muss jetzt wieder hier ins Spiel kommen. Wird gehalten, aber rechts. Jetzt schießt er nicht mehr ganz so mutig. Und das Spiel läuft jetzt auch für Christian und Stefan. Viele Bälle können sie fangen, die da herumfliegen. Und nutzen auch ihre Timeouts. Zweites Timeout jetzt in diesem Satz. Stefan schickt Christian wieder nach vorne. Jens schickt Niko wieder nach hinten. Und das Duell heißt wieder Christian gegen Niko. Time in Rechtsauflage. Und dann geht der Ball da irgendwie wieder schräg durch die Figuren. 4 zu 0. Jens und Niko bleiben jetzt so. Denken sich entweder geben sie den Satz eben ab. Und dann geht es im nächsten Satz weiter. Oder Jens schießt da mal rein. Verliert aber hier auch den Ball. Die beiden bräuchten jetzt nochmal hier so einen kleinen Pusher. Um in das Spiel zurückzukommen. Oder sie haken den Satz ganz schnell ab. Jetzt ein Erfolgserlebnis von Niko. Stefan hat den Ball jetzt hinten. Und Jens. Jens mit Chat. Und da geht der lange 4 zu 1 Anschlusstreffer. Vielleicht geht da ja noch was. Also das ist die interessante Wechselei beim Tischfußball. Da wechseln Stefan und Laschek so oft hin und her. Bis die defensiv erfolgreich sind. Und bis dann der Gegner auch wechselt. Und jetzt wieder Laschek gegen Niko. Aber auf der anderen Seite. Und dann kommt der wieder schräg. Irgendwie an die Puppen geht rein. Das ist ein bisschen frustrierend dann. Aber davon darf man sich nicht beeinflussen lassen. Ich habe das heute leider auch am eigenen Leib erfahren. Wir haben auch. Gut strecke und ich gegen Christian und Stefan spielen dürfen. Das Spiel lief dann auch für sie besser. Und wir haben in drei Einsätzen verloren. Jetzt führen die hier im Halbfinale 2 zu 1 in Sätzen gegen Niko und Jens. Nächster Block gegen Niko. Aber Niko kämpft jetzt. Schöne Verteidigung. Holt sich da wieder den Ball. und kriegt ihn nach vorne. Jetzt mit rechts lang. Kurbel springt übers ganze Feld. Aber immer noch 0 zu 0. Jetzt Jens Wohlgemuth. Wieder mit der Kurbel. Niko jetzt wieder mit rechts lang. und geht jetzt lang. Schöner Schuss. Und Niko ist jetzt wieder heiß. Ball springt übers Feld und Stefan kann ihn greifen. Und dann fasst sich Stefan auch mal ein Herz. Unglaubliches Ding hier. Hat man gar nicht erwartet, dass er da so lange einen einfach mal schnell abreißt. 1 zu 1. Ist natürlich auch ein All-In dann jetzt. Wenn sie den Satz holen, haben sie das Spiel gewonnen. Wenn nicht, haben sie noch einen Satz. Oh, kurzer Ziel. Hier in Pfosten. Vorne hinten von Laschet. Klick 2 zu 1. Also, da läuft das einfach. Und wieder Block von Stefan gegen Niko. Jens nimmt das Timeout. Merkt, dass es gar nicht läuft für die beiden. Mal durchschnaufen und überlegen, wie können sie das jetzt noch drehen. ist aber auch ein harter Brocken hier. Wie gesagt, da zahlt sich eben diese Erfahrung aus, die man jahrelang beim Tischfußball gesammelt hat. Stefan Herzig und Christian Karben. Und Niko geht nach hinten jetzt auch mit Zier. Den kann er auch. Und er geht rein. 2 zu 2. Jens feuert den an. Da geht noch was. Also, Ausgleich wieder. Ganz enge Kiste hier. Und der dritte Satz war natürlich so ein bisschen vorentscheidend. Und jetzt machen sich beide nochmal locker. Stefan bleibt jetzt vorne. Versucht hier durchzulegen. Gegen Jens. Der mit schneller Verteidigung. Und dann doch der Pass ins Feld zum richtigen Moment. Da sieht man das angesprochene Ballgefühl von Stefan Herzig, der jetzt auf Niko Wohlgemuth zum ersten Mal schießt. Und bleibt da, denke ich, am Pfosten hängen. Niko jetzt mit dem Ziel. Und das ist auch ein Gerät von hinten. Unglaublich schönes Ding. Lang gezogen und mit bisschen Streuung dann ins lange Eck. 3 zu 2 Führung. Also jetzt drehen die vielleicht nochmal den Spieß um. Jens hier erfolgreich beim Block. Aber Christian kriegt den dann doch auf die 3. Und Christian war bisher sehr erfolgreich vorne. Super effektiv. Auch wenn nicht immer schön. Und hier angezogen. Kurbel. 3 zu 3. Das ist unkonventionell, aber super clever. Und Stefan und Christian wechseln sofort wieder. Jetzt Jens Wohlgemuth. Muss einen Offensivpunkt setzen. Hat ihn durchgepasst. Und dann mit dem Chat und Lang. 4 zu 3. Gutes Comeback. Gute Strategie für jetzt von Jens und Niko. Christian ist wieder nach vorne. Und schneller Pass ins Feld. Also da ist alles dabei. Und er schießt wieder lang. 4 zu 4. Wunderbares, tolles Match. Und Jens schickt Niko jetzt vor. Und Niko nimmt das Timeout. Er muss kurz durchschnaufen und überlegen, was jetzt hier los ist. Also das Spiel ist echt super ausgeglichen. Das etwas bessere psychologische Moment auf Seiten von Christian und Stefan, würde ich sagen. Die hier nach dem 1 zu 0 Rücksatzrückstand jetzt 2 zu 1 führen. Aber jetzt kann Niko natürlich sich nochmal richtig ins Spiel reinfallen. Und das hat auch Jens gemerkt. Darum schickt er nach vorne. Sollte jetzt Niko hier treffen ist, das Spiel wieder ausgeglichen. Und dann bestreitet er vorne nochmal den letzten fünften Satz. Lässt sich jetzt viel Zeit hier gegen Stefan. Dann Kantenpass. Zweite Chance. Bleibt an der Figur hängen der Ball. Und Christian hat den Ball. Bleibt da tot in der Mitte liegen der Ball. Das heißt, Niko bekommt wieder den Ball auf die 5. Also es geht wieder los. Muss ihn jetzt einmal erfolgreich da durchlegen. Bantenpass geblockt. Dann schöner Kantenpass ins Feld. Technisch 1 A. Und jetzt nimmt er sofort das Timeout an Niko. Also schöpft jetzt nochmal hier seine zwei Timeouts aus. Und berät sich mit Jens. Wer soll schießen? Jens hat zwei, dreimal lang getroffen mit seinem Chat. Und Niko hat jetzt nicht mehr hundertprozentig die Power oder das Vertrauen hier zu schießen. Denn Laschek ist da unangenehm. Bewegt sich da sehr, sehr viel. Und Jens sagt sich, komm Niko, das machst du. Und er wird sich bestimmt da was Gutes überlegen. Also bringt den Ball wieder ins Spiel gegen Laschek. Niko Wohlgemuth jetzt hier auf der 3 zum Satzausgleich. Rechts lang. Geht lang und wird gehalten. Ball springt rum. Und dann auf die 5 von Stefan Herzig. Der klappt sie einfach runter. Und das Spiel ist aus. 5 zu 4. Unglaublich knappes Ding. Und super spannend. Und diese beiden Füchse aus Lübeck stehen im Finale. Wir sehen uns gleich im 2.inhalbfinale. Bis dahin. Kicks TV. Pau. Pau.